Das erste Mal im hinteren LKW zu fahren, und dann die Kontrolle bei 13 Meter komplett abzugeben, war ein absolut fantastisches Gefühl. Zu sehen, dass alle Systeme im Zusammenspiel agieren, ist einfach toll. Die beiden LKWs sind über eine K2K-Verbindung miteinander verbunden, über die die notwendigen Signale zwischen den beiden Fahrzeugen ausgetauscht werden. Wenn das vordere Fahrzeug bremst, dann werden diese Informationen blitzschnell an das hintere Fahrzeug übertragen, sodass dieses Fahrzeug auch synchron mitbremsen kann. Über die K2K-Verbindung wird die Situation so schnell erkannt, so schnell könnte kein Fahrer der Welt darauf reagieren. Sollte sich bei dem Abstand von 13 Meter ein Fahrzeug zwischen Reihen mogeln, so erkennen das unsere Systeme selbstständig und werden sofort ein Sicherheitsmanöver einleiten. Insbesondere wird der zweite LKW abgebremst und die Situation dadurch sofort entschärft. Die Herausforderung bei dem Projekt war, so ein komplexes System sicher auf die Straße zu bringen. Spannende Warnow, dann ihn in den mit dem Fl Kashkant vor dem Sollte sich mit, dann um die werden. Spannend sein, dass sie sich um den USA anbremst und sich dann um die Uhr, dann um die Hölle des Kohters zu bringen. Rund επazяла der damage, die mit der Wundern gefahren ist. 你看 die Welt last, seitens der Hölle des Kohters anbremst und blöchig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020